Wir können ja mal hier reinschauen. Da müssen wir reinschauen. So sieht's aus. Servus, ich sitze hier eben mit Elias. Guten Tag. Wir befinden uns jetzt hier am Tag und immer in die Kamera reingucken. Ja, ich hab das ja auch schon falsch erwischt. Noch mal anfangen. Einmal klappen reicht. Du musst mal eine Klappe machen, damit du das synchronisieren kannst. Das ist der Sinn dahinter. Da haben wir das schon immer gekriegt. Mein Klappe? Oh, mein Klappe. Nein, ich habe keine Klappe. Ein Pferd oder Fisch? Ah, nein. Aber es ist nicht einfach. Auf dem Flugzeug, was ich mit Fisch mache. Du brauchst nur eine Klappe für deine Hand. Und mit einem kleinen Fisch. Bye. Bye, danke. Und was ich gerade mache, sollte man auch nicht machen. Also ich... Halt's dir hin, sprech aber so. Jetzt machen wir hier einen Cut. Da sollten wir, glaube ich, nicht reinnehmen. Last week? Was? Last week? No, not last. Last week. Last week. Week, yeah. The best moment from last week. Not weed. Week. Like week. Like the week. Yeah, but just last week. Only last week. Last week, yeah. Oh, fuck. Oh, oh, that's crazy. Yeah, this is so bad. Oh, my face hurts so much. Oh, yeah. Und es gibt ja ziemlich viele Neuigkeiten, wie wir gehört haben. Bist du wieder single? Wieder für die Frauenwelt zu haben? Ha, nee, ich bin schon seit drei Jahren vergeben. Ich fühl's doch cool. Das war nur ein Spaß. D體 j Sand. Ist mir doch vier Jahre. Wann hat deine Freundin Geburtstag? Der Tag. Wer ist das? Das war tig Museum. Er f*** dich directory. E Leger. Ja, ich habe schon Stress mit der deswegen, fang ich wieder an damit. Wie sie hinter mir sehen, sehen sie dieses Schild? Inzwischen ist der Radeln verboten. Es sind einfach zu viele Radelnunfälle passiert. Aber Biken ist es noch erlaubt. Wenn Crankworx ein Shot, also ein Schnaps wäre, welcher Schnaps wäre Crankworx? Ein Shot? Ein Zirrball. Ein Zirrball? Was ist ein Zirrball? Das ist so ein österreichischer Trink, der ist aus Tannenzapfen quasi. Du machst ein Ripps? Ja. Ja, Mann. Nein, ich mache nicht den Rippen. Oh, nein. Warum? Es ist zu groß für mich. Ja, warum? Ja, schau an den Rippen, Mann. Ja, und Helene, du bist ja am Samstag dann auch mit am Start, oder halt auch Freitag schon beim Downhill? Das Finale ist übrigens am Sonntag. Do you know Uitje? Uitje? Do you know Uitje Nuts? No. I was thinking about to produce the Chubby Nuts. Yeah. How do you think about it? I think we're good. Ich weiß gar nicht gerade, momentan, wir haben schon so viel gelabert die letzten Tage, ich gar nicht mehr weiß, wo die Zunge hängt. Cool, und zwar, ich habe Anfang, äh, Ende, vergangenen, Ende letzten Jahres. Ich denke, je mehr Lehnung da drin ist, so dass hinterher das Vorderrad tiefer ist als das Hinterrad, dann gefällt es mir schon ganz schön gut. Okay, ähm, jetzt haben wir trotzdem noch nicht erklärt, wie der Vip geht, ja? Ich bin jetzt dein Schüler und ich sage jetzt, ja, Ivan, wie geht denn ein Vip, erklär mir das mal. Gut, also ich erklär mal meinen Vip. Also ich stehe mit links vorne und wippe so, dass mein Hinterrad links an mir vorbeigeht. Das heißt, ich fahre vor dem Sprung ganz nach rechts oder recht weit nach rechts und fahre diagonal in den Kicker.